Wir sind heute aus Nordrhein-Westfalen mit vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus unserem Landesverband hier. Um ein eindrucksvolles Zeichen zu setzen, gegen Atomkraft, gegen die Laufzeitverlängerung. Und eins ist klar, heute wird der Regierung Merkel gezeichnet. Diese Politik hat keinen Rückhalt in der Bevölkerung und muss sofort beendet werden. Ja, wir haben der Bundesregierung einen heißen Herbst versprochen und sie kriegt diesen heißen Herbst auch. Das, was wir hier hinter uns brauchen, ist nicht nur die Erstaatung der Anti-AKB und der Umweltbewegung. Das ist auch eine ganz, ganz breite Bewegung durch alle Schichten. Eine Bewegung muss sich auch die Stadtwerke beteiligen, muss sich kugeln an Unternehmen beteiligen, weil diese Laufzeitverlängerung, die gefahren sind, sind nicht nur ein Risiko für die Umwelt, für die Sicherheit, sondern sind eben auch ein Risiko für den Wirtschaftsstadt auf Deutschland, weil damit eben nachhaltige Investitionen in die Energiewende auch verhindert werden. Deswegen sagen wir heute, Atomkraft, Schluss hier. Und auf Dauer wird diese Bundesregierung gegen das Volk keine Politik machen können. Und wir setzen hier auf die Überzeugungskraft dieser breiten Bewegung. Und wir aus Nordrhein-Westfalen werden wir uns weiter daran aktiv beteiligen. Ja, ich bin heute mit 199.000 anderen Menschen. Hierher gekommen, weil wir Frau Merkel zeigen wollen, dass wir nicht uns die Energiepolitik von vier Konzernen diktieren lassen. Wir wollen den Ausbau erneuerbarer Energien und nicht die Verlängerung von Steinzeittechnik.